Servus und Willkommen meine Freunde, Brandy hier. Willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Und in der letzten Folge, da haben wir gesehen, dass Vivi entführt wurde. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg zu Vivi machen. Bevor wir aber auf den Weg zu Vivi sind, werden wir der Garnet neue Ausrüstung, geben, was natürlich etwas blöd ist, dass sie, äh, naja, keine neuen Fähigkeiten machen kann. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Die hat nämlich keine Fähigkeit. Da fällt mir ein, Vivi war doch vorher nach dort drüben. Da war er doch. Jetzt müssen wir mal nochmal hin. Ein Chocobo? Ein Chocobo. Vivi hielt ja nach einem Chocobo aus. Schau. Schneef, neef. War dahinter jemand? Schneef, neef. Es kommt doch nicht etwa aus dieser Röhre. Vivi? Vivi? Citan? Also doch du, wie kommst du denn da hin? Ist da ein Keller oder sowas? Kannst du dich bewegen? Da kam vorhin ein Mann und sagte, ich darf mich nicht bewegen. Bist du verletzt? Bist du das? Na, nein, ich glaube nicht. Alles klar, wir holen dich da jetzt raus. Wir werden uns beeilen, deswegen keine Panik und bleib da, wo du bist, okay? Okay. Ja. Ähm. Äh, was geht hier eigentlich ab? Auf jeden Fall muss es ja irgendwo im Dorf einen Zugang nach unten geben. Wir sollten uns mit dem Suchen beeilen. Ja. Ähm. Ähm. Obwohl es doch eigentlich wie ein idyllisches, ruhiges Dorf aussieht. Ja, da hast du recht. Vielleicht können wir... Ich finde den Chokobo so niedlich, deswegen stehe ich immer hier und lausche. Da! Hast du ihn gehört? Nö. Chokobo, Chokobo, singst du ein Lied? Vom Brunnen aus kann man bestimmt runter, aber ich kann ja nicht einfach so reinspringen. Irgendwo in diesem Dorf muss es noch einen anderen Eingang geben. Ähm. Wo könnte man noch reingehen? Das ist so die Frage, ne? Haben wir hier noch was? Da waren wir nämlich noch nicht. Oder? Dann könnten wir theoretisch hier ja rein. Ah. Geht's da noch um? Haben wir da oben etwas? Was wir uns mitnehmen könnten? Natürlich. Da sind zwei Drohnen. Solange diese Zahnräder in Bewegung sind, kommt man nicht an die Schatztrohnen. Mhm. Dann wird es Zeit, diese Schatztrohnen hier dicht zu machen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Den bekommen wir wohl noch nicht so ganz. Na, wenn das mal nicht so aussieht, als ob es nach unten führt, dann weiß ich auch nicht mehr. Zack. Ein schön kalter Wind kommt uns da von unten entgegen. Runterklettern. Sofort. Oh. Äh. Tut mir leid, gerade kurz... Nein! Nochmal. Runterklettern. Das hat mich aber gerade richtig angeschissen, muss ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt sind wir hier runtergeklettert und jetzt gehen wir mal hier runter. Zack. Und dann gibt es hier eine kleine Truhe mit 156 Gil. So, und dann geht es hier mal... Sind hier Gegner? Kann man hier auf Gegner treffen? Nicht so wirklich. Das heißt, wir gehen einfach nochmal weiter und schauen jetzt... Das hier sieht aber... Äh... Das hier sieht aber... Nicht bloß wie eine simple Vorratshöhle aus. Nicht ganz. Was ist los? Psssss. Warum bewegt sich dieser hier wohl? Hat der nicht der kleine Bruder vom Dorf Schulzen gefunden? Ja, genau. Und seit dieser Streit zwischen den beiden vorbei ist, sollen wir ja wieder nett zu ihm sein. Aber... Hattet ihr nicht dieselbe Meinung wie dieser alte Schrulle? Seid ihr von Sinne mit der Feldarbeit aufzuhören? Naja, aber vielleicht wollte er seinen Bruder auch nur ärgern. Für die Feldarbeit hatten wir eh zu wenig Leute. Was soll also die Aufregung? Egal, pack den erstmal schnell in eine Kiste. Ja, wir schicken den einfach mit ins Schloss. Sollen die dort doch schauen. Schlau aus dem werden. Du sagst es, wir sollten die ja anschließend schließlich nur herstellen. So ist es. Das Symbol auf diesem Fass. Los, komm mit. Wie weh, beeil dich, diese Mistkerle. Sitan, warte. Oi, 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 oi. Merkt man überhaupt nicht. Also so... Ne. Jetzt lauf. Auchi, mauchi. Ähm, das war nicht nett. Was... Was soll das? Hast du das große Fass neben dem Schuppen gesehen? Ich habe im Schloss Fässer gesehen, die das gleiche Symbol trugen. Dieser Ort hier und Alexandria stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Und ich möchte herausfinden... In welcher. Und deswegen wollte ich nicht, dass du etwas tust, das ihre Aufmerksamkeit auf uns lenkt. Verstanden. Aber wenn sie wie wir auch nur ein Haar krümmen sollten, dann werde ich nicht zu knapp ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken. Kannst du das verstehen? Ja. Gut, dann mal los. Sie scheinen weiter ins Innere gegangen zu sein. So. Ochi. Aaaaaaah. Na 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 na. So. Wir könnten jetzt direkt weiter... Hier haben wir noch eine kleine Truhe, wenn wir was brauchen. Können wir aber, glaube ich, nicht mehr aufheben. Genau. Ähm, weil wir einfach schon genug Sachen haben. Augentropfen können wir natürlich auch nicht mehr aufheben mehr. Dafür haben wir einfach zu viel Geld. Muss ich sagen. Ähm, so. Ah, da oben sind dann glatt zwei Kisten. Kommt man da irgendwie hin? Äh, was ist das bloß? Groß genug, um einen Menschen reinzuzwängen. Da ist auf jeden Fall ein Mogri, den wir uns jetzt mal erstmal schnappen und am Bommel packen. Und, äh, dann sehen wir mal weiter, was so läuft. Hi, Mogri. Haben wir vielleicht ein Brief? Übergebt diesen Brief an Mog gerne. Speichern wir mal kurz bei ihm. Einfach, weil wir es können. So. Speichere eins. Steckplatz one. So. Überspeichern, ja. Ah, alles klar. Und dann hätte... Ah, ouch, 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 ouch. Meine... Ah. Ah. Er hat mir gerade meine Schulter verrenkt. Ah. Entschuldigung. Ah, die Schulter tut mir gerade richtig weh. Autschi. Na gut. So, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Als nächstes werden wir uns... Also, er versteckt sich natürlich wieder. Was auch sonst. Äh, werden wir versuchen... Diese... Zack. Eine Truhe kriegen wir noch. In dem Fall. Potion. Natürlich kann die nicht mehr aufgenommen werden. Was auch sonst. Zack. Und zack. Und die können wir natürlich... Aether. Ja, das ist natürlich was Feines. Ein Aether, das ist natürlich was... Äh, hier... Das ist was ganz Edles. Muss man schon gesagt haben. Ein Aether gefällt mir immer wieder. Ähm... Okay, jetzt sind wir hier. Und haben... Da unten eine Schatztruhe. Können wir die aufmachen? Jawohl. Ein Lederarmreif. Haben wir das jetzt nicht irgendwie angelegt? Ja, die haben wir nämlich jetzt gekauft. Toll, ich Idiot. Egal. Und wenn wir nach... Oben gehen würden... Anstatt immer gegen die Wand zu laufen. Genau. Zack. Zack. Erreichen wir sogar diese Schatztruhe. Und diese Schatztruhe liefert uns... Einen Eisenhelm. An dem wir eigentlich kaum mehr gebrauchen können. Muss ich ehrlich sagen. Zack. Können wir nochmal runter. Genau. Und dann geht's jetzt weiter. Hier haben wir nämlich sonst nichts mehr. Ja. So, in diesem Raum müsste es weitergehen. Genau. Was ist das denn? Zidane. Was ist dieses Schluchzen? Das ist doch... Hm. Wewe? Zidane! Verdammt. Das ist ja wirklich Wewe. Ja? Äh. Ich hol dich da raus. Warum zu Menke haben die dich bloß in diesen Kasten gezwängt? Bam! Wie furchtbar. Also, das bereden wir nachher. Warte eine Sekunde. Zack. 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 Und offen. So, was ist denn jetzt passiert, mein kleiner Mann? So, jetzt mal vorab. Ich werde nicht mehr diese schluchzende, äh, Stimme machen, weil ich finde das irgendwie anstrengend, so schluchzende, Stimme zu machen. Äh. So. Nachdem wir uns getrennt hatten, da hat mich ein Mann mit Gewalt hier runtergesährt. Er brüllte mich an, beweg dich nicht, da bekam ich Angst, ich habe mich nicht wehren können. Was hast du draußen zu suchen gehabt, wo doch das Frachtschiff noch gar nicht da ist, hat er mich angebrüllt. Ich hatte keine Ahnung, wovor er da eigentlich redet, also habe ich nichts gesagt und geschwiegen. Du kommst mit der Ladung heute mit, hat er gesagt. Und dann hat er dich in die Kiste drin geschoben. Genau. Genau so war's und nicht anders. Naja, Hauptsache, du bist unverletzt, Kumpel. Aber hörst du, Vivi, von jetzt an schweigst du nicht mehr einfach so, okay? Wenn es also mal ernst wird, dann musst du einfach mal nur laut sagen, was Sache ist. Was Sache ist? Ja, zum Beispiel, schaff deine Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, du Mistkerl. Drecksvisage? Mistkerl? Oder sowas in der Art. Da kriegt dein Gegner nicht nur einen Riesenschreck, sondern du fühlst dich auch noch gleich viel stärker. Stärker? Ja, Kumpel. Ah ja, Vivi. Ich würde ganz gerne reingehen und mich ein wenig umschauen. Denkst du, du packst das? Wenn du nicht gehen willst, dann sag es ruhig. Sidan, ich will auch wissen, was das hier für ein Ort ist. Schließlich, äh, ja. Das dort drüben ist mir irgendwie unheimlich. So eine Art Maschine hier und die legt so Eier. Fein. Dann gehen wir alle. So, da wir jetzt dritt hier sind, könnt ihr euch ja bestimmt denken, was hier jetzt kommt. Äh, Federhut. Zack. Leder am Reif. Zack. Und Vivi kann Eis lernen mittlerweile. Och, was ist das hier? Das ist hier ja... Seine erste Ability, die er eigentlich lernt, so ungefähr. Aber jetzt kann er auch endlich Eis, Feuer und Blitz. Und das gefällt mir. Ähm, okay. Das ist so wichtig, soweit. So, jetzt muss ich mal kurz... Tut mir leid, ich lese kurz in meinem Buch. Äh. Ähm. So, okay. Jetzt habe ich mal in meinem Buch gelesen. Es ist nicht mehr weit. Okay. So, Entschuldigung. Jetzt hat aber hier jetzt, äh, erstmal die Truhe aufmachen. Zack. Natürlich können wir das... Ach, wir können das sogar aufheben. Also, ja. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Rauch? Moment mal. Das ist kein Rauch. Das ist Nebel. Öffnen. Und wir haben einen Gegner hier. Äh. Was das für ein Gegner genau ist, sehen wir jetzt gleich, ehrlich gesagt. Äh. Äh, ja doch, also... Okay. Wir... Klauen uns mal durch. Schwarze Magic. Wir machen mal einfach mal hier schön... Ein auf Blitz und so. Ihr wisst Bescheid. Rufen. Rufen wir mal... Bah, Mut. Haben wir nicht genug. Tut mir leid. Ah, ist ein Tief. Blöd hier. So. Ach, du machst Blitz hier, Junge, Mann. Er muss aber aufpassen, nicht, dass er auch die Fresse kriegt von uns. Also... Wir sind, glaube ich, doch etwas stärker. So. 84 nur. Brr, 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 brr Das war natürlich sehr effektiv gegen sie. Jetzt machen wir mal bitte deinen Vita. Gar ne. Potion geklaut bringt uns eigentlich allerdings recht wenig. Und Vita. Up to everyone. Zack. Und machen wir mal einen Angriff. Ich denke mal, Eis müsste jetzt reichen. Und nach diesem Kampf werden wir die Folge auch beenden. Zack. Oh, das hat natürlich gereicht. Und jetzt gibt es aber auch eine Menge APs, hoffe ich mal. Zumindest denke ich das jetzt, ehrlich gesagt. 48. Also, das ist nicht wenig. Ehrlich gesagt, da würde ich glatt sogar eine neue Training Session einbeziehen. Werde ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. 48. Nebelmonds. Das kann doch wohl nicht sein. Wir sind hier irgendwie über dem Nebel und so. Weiß Bescheid. Truhe aufmachen. Phönixfedern. Natürlich kann ich die nicht nehmen. So. Aber meine Freunde, wir werden jetzt hier einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie bei... ... Vielen Dank.